Was geht ab? Wunderschönen guten Tag. Ich hoffe euch geht's allen gut. Willkommen in der Hood Cousine. Wir machen heute Smashed Potatoes. Ich habe ehrlich gesagt dieses Rezept voll oft gesehen. Ich weiß nicht warum das gerade so Trend ist. Falls jemand weiß warum Smashed Potatoes gerade so auf Trendmodus sind. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin nicht so der Kartoffelfetischist. Ich finde Kartoffel okay, aber muss nicht sein. Wenn ich zum Beispiel Reis oder irgendeine andere Beilage nehmen kann, nämlich eher das. Wir machen es heute eher so zu snacken. Gar nicht als Beilage, sondern du machst dir einen Teller, Smashed Potatoes, einen geilen Dip dazu und smasht es. Äh, dips es. Du smasht den Dip. Und deswegen machen wir heute Smashed Potatoes. Wenn ich gerade so dastehe, merke ich, egal wann wir hier sind, es ist wieder wunderbar in der Hood Cousine, aber ich stehe falsch. Der Nacken und der Rücken tanzen auf jeden Fall Tango. Wenn wir aber bei dem Thema sind. Hood Cousine ist ja nicht nur Hood Cousine, dass ich euch hier bam bum bang, hier am Kochen teilhaben lasse, sondern Hood Cousine ist ja Lifestyle. Leute, ich habe mir die Tage was bestellt, weil ich höre einen wunderbaren Podcast Leben lieben lassen. Verlinke ich euch jetzt einfach auch mal in der Videobeschreibung. Für alle, die so ein bisschen Bock haben auf dieperre Styles. Zieht euch den Podcast rein, ist super interessant so. Für alle, die sich auch ein bisschen mit sich auseinandersetzen. Ich weiß, da draußen alle sind perfekt, jedem geht es gut, keiner hat Kopfkrisen, keiner hat Stress. Ich weiß, also laut Social Media. In diesem wunderbaren Podcast Leben lieben lassen kam halt da das Thema Akku-Pressur-Matte. Ich zeige euch die mal ganz schnell. So viel Zeit muss sein, das ist nämlich die Hood Cousine. Hier wird nicht nur gekocht. Und alle, die gar nicht mitbekommen haben, was die Hood Cousine ist, das ist hier nicht so, ey, ich muss zeigen, was wir gemacht haben oder was wir können. Ne, alle Dinge, die ich hier koche, koche ich eigentlich zum ersten Mal so. Deshalb, hier nochmal der Link. Was ist die Hood Cousine und wie kam es dazu? Und am Anfang war das, wie gesagt, über Streams. Mittlerweile finde ich das, so wie wir es jetzt gerade machen, am angenehmsten. Selbst für mich ein bisschen kochen. Das ist diese wunderbare Matte. Und ich hätte niemals gedacht, dass das so reinzottelt. Das ist keine bezahlte Werbung, ich habe das alles selbst gekauft. Aber Dinge, die ein gutes Gefühl geben, will ich einfach weitergeben. Oder will man ja weitergeben. Barfuß hier draufstehen, finde ich schon grenzwertig. Muss ich auch immer mal wieder runter. Mit dem Rücken hatte ich am Anfang ein Shirt an, dann ohne Shirt. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber am Anfang ist es unangenehm. Dann kommt irgendwann eine Wärme. Und dann geht es irgendwann voll klar so. Wenn man aufsteht danach, ist es einfach, ey man, ist super gechillt. Ich hätte es niemals gedacht. Und wie gesagt, das ist nichts Bezahltes hier. Ich packe euch trotzdem auch mal den Link, wenn euch das interessiert, trotzdem mal den Link in die Videobeschreibung. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare mal reinzwitschern, schreiben, ob ihr schon mal mit sowas Kontakt hattet. Oder ob ihr das kennt, ob ihr es schon mal gemacht habt, wie ihr das findet, falls ihr es mal gemacht habt. Das ist, wie gesagt, auch eine kostengünstigere. Ich wollte es einfach erst mal testen. Die hat ein Zwanni oder so gekostet. Und da gibt es natürlich auch welche für den Hunni. Akku, Bressua, Inna di Hood Cousine. Eigentlich müssen wir ja immer, wenn ich dieses Brett sehe, denke ich dir mal an, wer kennt noch Over the Top, den Film von damals. Und dann müssen wir eigentlich die Kappe zack, boom, big, zack. Los geht's, rein mit die Kartoffels. So, wir machen jetzt die Marinade, die praktisch drüber gezwirbelt wird. So, Rind. Bam. I like. Knobi, I like. Und wie gesagt, wir pressen die und dann mache ich es drüber. Ich glaube, das ist geiler. Chili-Flocken, wie viel sagen die? Ach, Chili-Flocken machen wir einfach ein bisschen rein, ne? Zwei Teelöffel leer. So, Kümmel. Wie gesagt, Kümmel ist für viele absolut Horror. Richtig Horror. Oh, ich feiere es eigentlich. Ja, perfekt. Wir heizen mal vor, 200 Grad. Das sieht natürlich jetzt aus wie ein massives Schlachtfeld, aber wir knallen da jetzt mal die Marinade drüber. Ich glaube, so einzeln ist halt einfach geiler. Ne, dann zieht es nochmal schön ein. I like. So, die gute Ladung machen wir jetzt für 40 Minuten. Bei 200 Grad ab in den Ofen, du. 40 Minuten. Wir machen uns jetzt ran an den Dip, du. Sojagurt, Mayonnaise, Tomatenmark, Knoblauchzehe, Agavendicksaft und Weißwein-Essig-Salz-Pfeffer machen wir jetzt hier rein. Und wie gesagt, Dipper rein gibt es ja da ganz verschiedene, wie man die machen kann. Es gab auch einen geilen Avocado-Dip. Übrigens habe ich euch in der letzten Folge, verlinke ich euch hier oben nochmal, über diesen wunderbaren Asia-Shop erzählt, was ich da noch gekauft habe. I love it, ey. I love it. Eine wunderbare Partei-Soße. Vier Esslöffel Tomatenmark. Dazu noch Agavendicksaft. Ich bin jetzt gespannt. Ich glaube, das ist eine ganz geile Kombi. Zack. Wow. Alter, das ist ja jetzt schon krass. Pfeffer machen wir noch rein. Salz. Ich sage euch, wie es ist. Der wäre für mich jetzt schon perfetto. Und ich sage so, ich glaube, mir würde das besser, besser schmecken als ein Avocado-Dip. Ich feiere auch Avocado, aber das ist jetzt so fruchtig, trotzdem Knoblauch-Stylig, so ein bisschen Schießhauer-Style. Ja, Mann. So, 40 Minuten sind rum, 40 Minuten sind rum. Wir holen das Klatteradatsch raus. Bam, bam. I like. I like. Richtig knackolino, richtig knackig. Wir richten jetzt eine schöne Ladung an. In diesem Sinne, alle Links in der Videobeschreibung. Auch die gute Akkupressur-Matte ist in der Videobeschreibung. Da werde ich mich nachher nochmal noch unter draufzwirbeln. Und ja, kommentiert, abonniert, Daumen nach oben, supportet Hood Cousine, bleibt gesund, Ahoi. Und ja, kommentiert, Daumen nach oben,